Seit 2007 gibt es bei Smart immer auch eine elektrische Variante des aktuellen Modells. Doch mittlerweile ist Smart der erste Hersteller weltweit, der komplett umgestellt hat von Verbrenner auf Elektromotoren. Und Smart zeigt jetzt hier in Valencia die neueste Version sowohl der Smart 4 II als auch der Smart 4 IV. Und ich schaue mir jetzt heute mal an, was ist eigentlich neu am neuen Smart. Wir reden über das Thema Reichweite, wir reden über den Innenraum, die Vernetzung und wir reden natürlich auch über das Design. Innen ist der Smart moderner geworden. Das gilt für den 4 IV genauso wie für den 4 II. Und das heißt, wir finden zum einen eine komplett neue Mittelkonsole, in der haben wir jetzt vorne vor dem Schalthebel ein Fach, das mit so einer Art Rollo zugemacht wird. Was ich daran sehr mag, ist zum einen, wenn das Rollo zu ist, ist das eine super Ablage. Ich kann wirklich zum Beispiel ein Handy oben drauflegen, funktioniert 1A. Wenn ich es aufmache, habe ich darunter einen relativ großen Bereich, um Sachen abzulegen. Und da drin ist außerdem auch ein Becherhalter, also für zwei Becher. Und den kann ich auf Wunsch, wenn ich den Platz brauche, einfach rausnehmen. Das heißt, ich habe ein relativ großes Fach, in das keiner reinschauen kann. Und ich habe im Zweifelsfall oben drüber auch noch eine gute Ablage. Außerdem eine Neuheit im Smart ist jetzt das neue Infotainment-System. Das heißt, wir sprechen jetzt hier über 8 Zoll, inklusive Apple CarPlay, Android Auto. Und das Ding ist wirklich komplett modernisiert worden, ist sehr ordentlich geworden. Wichtig aber, ist erst ab Mitte 2020 verfügbar. Der neue Smart Electric, genauso wie sein Vorgänger, hat immer noch einen Elektromotor an Bord, der 60 Kilowatt maximale Leistung liefert und der maximal 160 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stellt. Wichtig ist aber, dieses Drehmoment, das gibt es hier beim Elektrofahrzeug ab Umdrehungszahl 0. Und das sorgt einfach dafür, dass so ein Auto doch auch mit nur 60 kW, wie man jetzt sieht, schon recht ordentlich geht. Also da macht wirklich Spaß. Wichtig außerdem zu wissen ist, diese 60 kW, das ist die Spitzenleistung des Fahrzeugs, die sogenannte Dauerleistung sind nur 41 kW. Und das ist dann aber auch die Bemessungsgrenze für die Versicherung. Das heißt, es ist günstiger für alle, die sich damit nicht so auskennen, das als kleinen Hinweis. Was ein bisschen schade ist, ist, dass Smart bei dem Facelift den Antriebsstrang nicht verändert hat. Beim Motor ist mir das egal, aber die Batterie ist auch die gleiche wie beim Vorgänger. Das heißt, wir reden nach wie vor über 17,6 kWh Kapazität. Und das reicht hier beim Smart laut Datenblatt für rund 150 km. Realistisch bei uns in Deutschland, bei dem häufig nicht ganz so tollen Wetter, sind aber eher so 120 km. Und das reicht natürlich für die Fahrt in die Stadt und für die typischen 30 km, die der Durchschnittsdeutsche am Tag fährt. Aber in dem Moment, wo ich eben sagen möchte, ich will eine längere Strecke fahren, Verwandte besuchen, den Urlaub fahren, was auch immer, sind eben 100, 120 km gar nichts. Und ja, ich kann den Smart mit dem Schnelllader, der optional dazu zu kaufen ist, mit dieser Option mit 22 kW innerhalb von 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent vollladen. Aber wenn ich alle 100 km 40 Minuten warten soll, dann ist eben auch dieses Schnellladen eben nicht schnell genug. Und da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Wie gesagt, leider hat Smart diese Karte nicht gespielt. Beim Blick auf den Wettbewerb wird sofort klar, wo der Schwachpunkt des Smart liegt. So wird zum Beispiel die Reichweite des neuen VWE ab und seiner Konzernbrüder Skoda Citigo e.V. und Seat Mi Electric mit bis zu 260 km angegeben. An der Front trägt der Smart jetzt wieder den Smart-Schriftzug und nicht mehr das Logo. Aber beim Design ist noch einiges mehr passiert und das erklärt mir jetzt Gordon Wagner. Tja, hier ist unser neuer Smart. Das ist die Edition One. Die ist richtig cool. Mit Grau und schwarzen Akzenten. Richtig sportlich. Aber was am meisten wichtig ist, ist das neue Gesicht für Smart. Was eigentlich so ein bisschen von dem alten, von dem ersten Gesicht inspiriert ist. Weil Smart war immer, oben sind die Augen, unten ist der Mund. Und man sieht, wir haben den Mund, den Smart-typischen Mund mit einem leichten Lächeln, nach unten genommen, größer gemacht, mehr auf die Straße, sportiver, drive agile gemacht. Oben die Augen haben wir modernisiert mit Tagfahrlicht, Innenleben. Haben natürlich das Auto auf diesen 2,70 m gelassen, damit die ganzen Parkvorteile bleiben. Das ist ja das Tolle beim Smart. Aber ich glaube, das Auto hat natürlich eine ganz neue Identity bekommen. Wir wollten den 4.2 und den 4.4 mehr differenzieren. Also die haben beide einen anderen Grill. Beides sind Smart-Grill natürlich. Unten der große, fahraktive Grill. Aber der Viertürer ist ein klein bisschen böser, aggressiver. Da haben wir den Grill negativ gestellt, dass der richtig schön auf der Straße steht. Und der Zweitürer kam es immer noch with a smile. Im Prinzip haben wir das interior nur aufgewertet von den Materialien her, von den Stoffen und vor allem mit der Connectivity, mit dem UI. Es gibt also einen größeren Screen. Es gibt jetzt Integration von Apple CarPlay und Android Auto, dass man wirklich sein Smartphone dann direkt verbinden kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig für diese tech-affine Kundschaft. Und ansonsten die typische Smart DNA auch im Interior. Smart gibt den Verbrauch vom Fahrzeug an mit rund 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und natürlich abhängig von der Fahrweise kann man das tatsächlich erreichen. Also während meiner Testfahrt hier lag ich so zwischen 15,3 bis rauf auf 15,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Finde ich einen wirklich vernünftigen Wert. Klar ist, wir haben aktuell wirklich gute Temperaturen, so zwischen 12 bis 15 Grad. Und ja, ich fahre in der Stadt und fahre entsprechend ruhig. Wenn ich auf einer deutschen Autobahn im Winter fahre, wird es natürlich mehr werden. Aber nichtsdestotrotz, mal ebenso, ohne darauf zu achten, den Wert einfach so zu fahren, der im Datenblatt steht, finde ich wirklich in Ordnung. Der neue Smart Ford II kostet in der Basisausstattung ab 21.940 Euro. Den viertürigen Fond-Fond gibt es ab 22.600 Euro. Bei Volkswagen zahlt man für den elektrischen ab mindestens 21.975 Euro, hat jedoch immer Platz für vier Personen. Wenn ich mir die Ausstattung anschaue am Fahrzeug, klar, es ist ein Smart, das heißt, viel Kunststoffe, viele, ja, sagen wir mal, moderne Oberflächen. Aber das war beim Smart schon immer so. Und ich finde nach wie vor, wenn ich mir das Cockpit hier angucke, auch mit diesem Blau, ja, passt einfach zum Auto, ist ein typischer Smart. Und wenn man das mag, dann ist man hier absolut richtig aufgehoben. Wer das nicht mag, diesen Smart-Typ, der muss sich einfach ein anderes Auto anschauen. Ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass sich rein von der Basis her so viel nicht getan hat, ist zum Beispiel auch der Kofferraum unseres Smart Ford IV hier. Denn der liefert nach wie vor 185 Liter mit aufgestellter Rückbank. Klappt man die um, wird es maximal erweitert auf 975 Liter. Und beim Smart Ford II ist es ganz ähnlich. Da sind es immer noch in der Standardkonfiguration 260 Liter. Der Smart, der ist für die Stadt, zum Beispiel hier wie in Valencia, einfach wie gemacht. Der Wagen ist dank des Elektroantriebs richtig agil und er hat einen richtig schönen kleinen Wendekreis. Damit kann ich quasi auf der Straße drehen. Und das merkt man einfach in jeder Situation, wenn man durch die Stadt fährt. Der Wagen ist sehr wendig für den ruckzucken Parkplatz. Macht hier einfach Spaß und dank des Elektroantriebs ist er außerdem auch noch leise. So, jetzt bin ich mal eine Runde in, sag mal, meinem Smart unterwegs, nämlich dem Smart Ford II. Denn das ist für mich tatsächlich der echte Smart. Der ist super kurz, super wendig, extrem quirlig, macht einfach nur Spaß. Und was ich jetzt gerade an der Ampel wieder erleben durfte, ist das, was ich am Smart mit am meisten mag beim elektrischen. Du trittst einfach drauf, wenn grün kommt und bist garantiert vor allen anderen unterwegs und das Ganze noch völlig geräuschlos. Was hier im kleinen Smart auffällt, ist natürlich der kürzere Radstand. Das hat den großen Vorteil, dass wir einen kleineren Wendekreis haben, das Auto einfach nochmal agiler ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Nachteil, dass der Wagen, gerade wenn wir hier so ein bisschen unebene Straßen haben, natürlich wesentlich mehr Bodenwellen mitnimmt, als wir das von dem Viersitzer kennen. Aber das gehört halt wirklich zum Smartfahren dazu. Das ist so eine Smart-typische Geschichte. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann ist das so ein bisschen, wie ich finde, wie beim Motorradfahren. Du hast einfach eine andere Verbindung zur Straße, die bei den vielen Schlagröchern hier nicht immer nur angenehm ist. Wenn man hier aufs Gas tritt, ist der echt nochmal flotter unterwegs als der V4. Oder es fühlt sich einfach nur so an. Nachdem wir jetzt gerade losgefahren sind, zeigt mein Smart hier die Reichweite an mit über 150 Kilometern. Das mag hier in Valencia tatsächlich funktionieren bei den Temperaturen. Aktuell 14 Grad, ruhige Fahrt durch die Stadt. Ich denke, bei uns in Deutschland könnte das auch mit dem Smart 4Tour eher schwierig werden. Interessant ist beim Smart, dass ich sowohl in dem V4 wie auch im V2 als Fahrer oder Beifahrer wirklich vernünftiges Platzangebot vorfinde. Also auch für einen großen Menschen wie mich mit fast zwei Metern. Ich sitze hier vorne wirklich vernünftig. Das Einzige, was ich nicht so mag, ich kann das Lenkrad nicht wirklich zu mir ranziehen. Also ich kann es in der Höhe verstellen, aber ich kann es nicht zu mir ranziehen. Das heißt, ich finde nicht die perfekte Sitzposition. Aber nichtsdestotrotz sitze ich wirklich gut im Auto, fühle mich wirklich wohl. Und wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns jetzt bei einem kurzen Zwischenstopp an. So, wie versprochen, der Stopp zwischendurch, um zu gucken, passe ich eigentlich im Smart 4Tour vor, hinter mich. 1,95 Meter, mein Sitz ist nicht verstellt. Was erstmal auffällt, die Tür geht extrem weit auf. Ich würde sagen, das ist fast ein rechter Winkel, ist schon mal gut. Aber, oh Gott, das klappt so nicht. Also, ich kann hier sitzen, stoße oben nicht an, außer hinten am Ende von dem Dach, von dem Fenster oben. Aber meine Knie, nee, das reicht nicht. Das war meine Probefahrt im neuen Smart, und zwar im 4-4, aber auch in der kleineren Version, dem 4-2. Was mir beim aktuellen Modell wirklich gut gefällt, der ist ja immer noch mit seinen Kernwerten bestückt. Das heißt, das Fahrzeug ist immer noch sehr knackig, sehr quirlig, extrem wendig und in unserem Fall als Elektrofahrzeug auch wirklich sparsam. Denn wir haben tatsächlich mit rund 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ziemlich genau den Wert erreicht, der auch im Datenblatt steht. Außerdem neu ist das Interieur. Und das heißt, hier im Smart, wir haben unter anderem ein neues Infotainment-System. Jetzt auch mit Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem mit einem 8-Zoll-großen Touchscreen. Wirklich gut bedienbar. Da hat sich richtig was getan. Wenn wir uns das Exteriordesign anschauen, auch hier, der Wagen ist einfach auch da ein bisschen moderner geworden. Und ich finde es schön, dass man jetzt bei der aktuellsten Version wieder zurückgekommen ist, auf den Schriftzug an der Front quasi das Design des Ursmarts übernommen hat. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man an dem Antriebsstrang nichts getan hat oder nicht wirklich was getan hat. Denn wir haben immer noch eine maximale Reichweite von rund 150 Kilometern, laut Datenblatt. Realistisch sind das eher so 120, 130 Kilometer. Und das funktioniert, wenn ich nur in der Stadt fahre. Wenn ich aber mal eine längere Strecke fahren will, zum Beispiel über Land oder über die Autobahn, dann ist das hier und da einfach zu wenig. Und ich finde, da hätte man ruhig mal nachlegen können.